Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video wollen wir einen genaueren Blick auf den WORX WG 633 E HydroShot Akku Hochdruckreiniger werfen. Dieses vielseitige Reinigungsgerät verspricht effiziente Leistung und Mobilität für verschiedene Reinigungsaufgaben. Wir werden uns eingehend mit seinen Funktionen, seiner Leistung und seinem Zubehör befassen, um herauszufinden, ob er genau der richtige Hochdruckreiniger für dich sein könnte. Lass uns ohne weitere Verzögerung eintauchen und sehen, was dieser Hochdruckreiniger alles zu bieten hat. Der WORX HydroShot Akku Hochdruckreiniger ist mit einem verbesserten Motor und einer Unterdruckpumpe ausgestattet, die einen beeindruckenden Druck von bis zu 56 Bar erzeugen können. Diese Leistung ermöglicht einen maximalen Wasserdurchfluss von 220 Litern pro Stunde, was einer Steigerung von 120 Prozent im Vergleich zu früheren Modellen entspricht. Die erhöhte Leistung macht den Hochdruckreiniger ideal für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz und ermöglicht eine effiziente Reinigung in verschiedenen Anwendungsbereichen. Egal, ob es sich um Verschmutzungen auf Terrassen, Gartenmöbeln, Fahrzeugen oder anderen Oberflächen handelt, dieser Hochdruckreiniger bietet die Leistung, die du benötigst, um deine Reinigungsaufgaben mühelos zu bewältigen. Der Hochdruckreiniger verfügt über zwei Wasserdruckmodi, den Eco-Modus und den Hochleistungsmodus. Im Eco-Modus kannst du eine effiziente Reinigung mit weniger Wasser und längerer Laufzeit genießen, während der Hochleistungsmodus für die Entfernung von hartnäckigen Flecken und Verschmutzungen geeignet ist. Durch diese Flexibilität kannst du den Wasserdruck je nach Bedarf anpassen und so eine optimale Reinigungsleistung für die jeweilige Reinigungsaufgabe erzielen. Der WORX HydroShot ist mit einem wasserdichten IPX5-Akku-Gehäuse ausgestattet, das zusätzliche Sicherheit und Schutz während des Gebrauchs bietet. Diese Eigenschaft macht den Hochdruckreiniger besonders robust und langlebig, sodass du ihn bedenkenlos in verschiedenen Umgebungen einsetzen kannst, ohne dass du dir Sorgen um Beschädigungen durch Wasser machen musst. Die wasserdichte Konstruktion gewährleistet auch, dass der Hochdruckreiniger unter verschiedenen Wetterbedingungen zuverlässig funktioniert. Egal ob es regnet oder die Sonne scheint, du kannst sicher sein, dass der WORX HydroShot seine Leistung konstant beibehält. Der WORX HydroShot Akku-Hochdruckreiniger zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit aus, die ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben machen. Mit seiner 5 in 1 Druckdüse kannst du zwischen verschiedenen Sprüharten wählen, darunter 0, 15, 25 sowie 40 Grad und Bewässerung. Dadurch kannst du den Wasserstrahl je nach deiner Anforderung anpassen und so eine präzise Reinigungsleistung für deine spezielle Aufgabe erzielen. Darüber hinaus bietet der Hochdruckreiniger Hoch- und Niederdruckeinstellungen von 38 bzw. 25 Bar, mit denen du den Wasserdruck optimal steuern kannst. Egal, ob du hartnäckigen Schmutz von Oberflächen entfernen oder empfindliche Pflanzen bewässern möchtest, der WORX HydroShot bietet dir die entsprechende Flexibilität. Ein weiteres beeindruckendes Merkmal des WORX HydroShot ist seine Fähigkeit, Wasser von nahezu jeder Quelle zu ziehen. Du kannst den Hochdruckreiniger problemlos an einen typischen Gartenschlauch anschließen oder Wasser aus einer Süßwasserquelle wie einem Pool, See, Eimer oder sogar aus einer 2-Liter-Flasche saugen. Durch diese Flexibilität kannst du den Hochdruckreiniger überall dort einsetzen, wo du ihn gerade benötigst, unabhängig von der verfügbaren Wasserquelle. Der WORX HydroShot ist nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst kompakt und leicht. Mit einem Gewicht von nur 1,5 Kilogramm ist er leicht zu manövrieren und bietet maximale Bewegungsfreiheit während der Reinigung. Durch das kompakte Gehäuse kannst du den Hochdruckreiniger auch platzsparend aufbewahren, wenn er nicht in Gebrauch ist, was besonders praktisch ist, wenn du nur über begrenzten Stauraum verfügst. Dank seines kabellosen Designs und des mitgelieferten 6 Meter langen Schlauchs zur Wasserentnahme bietet der WORX HydroShot maximale Mobilität und Komfort. Du kannst den Hochdruckreiniger überall hin mitnehmen und mühelos von einer Aufgabe zur nächsten wechseln, ohne durch lästige Kabel eingeschränkt zu sein. Diese Mobilität macht den Hochdruckreiniger ideal für den Einsatz im Garten, auf der Terrasse, am Auto oder an anderen Orten, die eine gründliche Reinigung erfordern. Ein weiterer großer Vorteil des WORX HydroShot ist seine Kompatibilität mit dem WORX PowerShare Akkusystem. Der mitgelieferte 18 Volt, 4 Amperstunden Akku ist mit allen WORX 20, 40 und 80 Volt Werkzeugen, Outdoor-Power und Lifestyle-Produkten kompatibel. Dies bedeutet, dass du denselben Akku für verschiedene WORX-Geräte verwenden kannst, was nicht nur praktisch ist, sondern auch Geld spart. Die Möglichkeit, den Akku des Hochdruckreinigers mit anderen WORX-Geräten zu teilen, macht das WORX PowerShare Akkusystem äußerst vielseitig und kosteneffizient. Du kannst einen einzigen Akku für verschiedene Werkzeuge verwenden und musst dir keine Gedanken über die Anschaffung zusätzlicher Akkus machen. Solltest du bereits passende Akkus besitzen, so bietet WORX diesen Hochdruckreiniger auch ohne Akku an. Den Link hierzu findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Der WORX HydroShot wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Neben dem Hochdruckreiniger selbst enthält das Set einen 6 Meter langen Saugschlauch, eine lange Saugspitze, eine Multisprühdüse, einen Schnellanschlussadapter und einen Flaschenadapter. Mit diesen zusätzlichen Zubehörteilen kannst du den Hochdruckreiniger an verschiedene Reinigungsaufgaben anpassen. Ob du hartnäckigen Schmutz von Oberflächen entfernen, empfindliche Pflanzen bewässern oder andere Reinigungsaufgaben erledigen möchtest, der WORX HydroShot bietet das richtige Zubehör, um deine Anforderungen zu erfüllen. Der WORX HydroShot Akku Hochdruckreiniger bietet eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Vielseitigkeit und Komfort. Mit seinem verbesserten Motor, dem kompakten Design und dem umfangreichen Zubehör ist er ideal für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben im Innen- und Außenbereich geeignet. Dank seiner robusten Konstruktion, seiner Wasserdichtigkeit und seiner Mobilität kannst du den Hochdruckreiniger bedenkenlos in verschiedenen Umgebungen nutzen. Wenn du nach einem leistungsstarken und vielseitigen Hochdruckreiniger suchst, der deine Reinigungsaufgaben mühelos bewältigt, ist der WORX HydroShot definitiv eine sehr gute Wahl. Bei Amazon erreicht der WORX HydroShot eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen bei derzeit 49 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 179 Euro und damit 10% unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 200 Euro. Ohne Akku und Ladegerät liegt der Preis derzeit bei 129 Euro. Das war's mit unserem Video über den WORX HydroShot. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den WORX HydroShot zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Hochdruckreiniger von WORX haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.